Grüß euch Freunde bei WolfsbeikonturTV. Im heutigen Video gibt es von mir ein paar Vorschläge in puncto Winterreifen für die Reiseenduro. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. In einem meiner letzten Videos, wo ich die beheizbare Motorradbekleidung von Kais getestet habe, hat der Dirk bei den Kommentaren geschrieben, dass ihn einen Winterreifentest interessieren würde. An so einem richtigen Vergleichstest kann ich momentan nicht machen, dazu fehlt man die Zeit und die Kapazität. Aber ich kann sehr wohl ein paar Tipps abgeben, ein paar Reifen erwähnen, mit denen ich im Winter gute Erfahrungen gemacht habe. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass so ziemlich jeder Reifen mit einer modernen Gummimischung und einem hohen Silika-Anteil, der eine gute Regenperformance hat, auch bei Kälte gut funktioniert, also im nasskalten Wetter und dann eben auch im Winter gut funktioniert. Auf blanken Eis funktionieren es alle nicht, da brauchst du sowieso Spikes. Aber ich bevorzuge eben so Reifen, die einen hohen Silika-Anteil zum einen haben, aber auch ein halbwegs ordentliches Profil, also nicht die 90-10er Reifen, die sicher auch gehen, wenn du rein auf der Straße bleibst, wenn du auf guten Straßen bleibst im Winter. Aber ich habe da immer gerne ein bisschen ein Profil. Und da möchte ich gleich als erstes den Birelli Scorpion Rallye ST erwähnen, also da werden jetzt viele aufatmen, weil der ja bei vielen Motorrädern mittlerweile in der Erstausrüstung dabei ist, von der Husqvarna Norden über die Yamaha Denary, die Aprilia Touareg, die Ducati Desert X, die Yamaha Denary World Raid, ab nächstem Jahr die KTM 890 Adventure. Also da sind einige Motorräder ab Werk schon damit bestückt und das hat schon Sinn, weil das ein guter Reifen für Vielfahrer ist oder für Fahrer ist, die bei allen Witterungen unterwegs sein wollen. Ich habe den naturgemäß dann eben auch schon auf den verschiedensten Motorrädern drauf gehabt, bei den verschiedensten Witterungsverhältnissen und der hält auf der Straße gut, wenn es nass und kalt ist. Der kann auch halbwegs gut schottern. Mit dem bin ich sogar durch das eine oder andere Schneefeld durchgekommen, aber er ist natürlich kein Offroad-Reifen im klassischen Sinn. Er hat für mich seine Qualitäten eher auf der Straße. Ich würde ihn so als 70-30er Reifen sehen, aber war absolute Empfehlung fürs Fahren im Winter. Als nächsten Tipp habe ich da den Michelin Anarchy Adventure für euch. Den habe ich ja seiner Zeit bevor er rausgekommen ist, schon vorab von Michelin zum Testen bekommen. Einen ganzen Winter lang hat den da auf meiner Triumph Tiger 800 XC und der hat einen guten Job gemacht bei Temperaturen um die 0 Grad, bei leichten Minustemperaturen, eben auch dank dem hohen Silikanteil, durch die Gummimischung mit der Weichrennmischung auf der Seite und mit der härteren in der Mitte. Hält er zum einen recht lang und funktioniert auch auf der Straße sehr sehr gut. Also ich habe mit dem Reifen ausschließlich gute Erfahrungen gemacht, gerade in dieser nasskalten Jahreszeit. Kann auch ein bisschen schotter, vielleicht ein bisschen weniger als der Pirelli Scorpion Rale SDR, aber du bist auch auf unbefestigten Wegen mit dem Reifen gut unterwegs. Ein sehr sehr ähnlicher Reifen zum Michelin Anarchy Adventure ist der Bridgestone Betlegs AT41. Ich habe mit dem nicht nur die Skandinavien Reise auf der Husqvarna Norden 901 gemacht, wo wir oben in Norwegen auch hin und wieder recht tiefe Temperaturen gehabt haben, sondern habe den auch schon vorher auf der KTM 1290 Super Adventure S testen können. Anfang März, wo es richtig kalt war, wo es noch winterliche Temperaturen gehabt hat bei uns. Also auch dieser Reifen funktioniert in einem sehr sehr breiten Temperaturfenster, hat eine sehr sehr gute Regenperformance durch diese gleichmäßigen recht hohen Blöcke, hat auch gute Drainage, so läuft das Wasser sehr gut ab. Also ist für mich auch ein absoluter Tipp für Winterfahrer, für Ganzjahresfahrer. Als nächstes möchte ich den Reifen erwähnen, den ich aktuell drauf habe auf der Husqvarna Norden 901 auf meinem Dauertester und zwar den Conti DKC 70 Rocks. Egal ob Rocks oder ohne Rocks, der Reifen eignet sich auch für den Winter, hält sehr sehr gut im Regen, funktioniert gut bei niedrigen Temperaturen. Der Rocks hat halt ein bisschen mehr Reserven auf unbefestigten Wegen, was ich immer zu schätzen weiß. Dafür nicht ganz die Laufleistung vom normalen DKC 70, aber das ist auch ein Reifen, der im Winter gut hält, der bei niedrigen Temperaturen einen halbwegs ordentlichen Grip bietet. Man muss im Winter sowieso immer ein bisschen zurückhaltender unterwegs sein, aber man kann mit dem DKC 70, ob mit oder ohne Rocks, auf alle Fälle am Winter gut durchfahren. Gut, das waren jetzt alles Reifen, die zwar ein halbwegs grobes Profil haben, aber doch mehr oder weniger auf der Straße zu Hause sind, die Offroad können, aber eben wenn es dann glatschig, matschig wird, wenn Schnee liegt, dann sind sie dann doch recht rasch an ihren Grenzen angelangt und deswegen möchte ich bei meinen fünf Reifentipps auch einen grobstoldigen dazunehmen und zwar den Heidenau K60 Ranger. Den hatte ich letzten Winter drauf auf meiner Triumph Tiger 800 XT. Ich habe ihn immer noch drauf, weil ich so wenig damit zum Fahren komme, aber der hat mich wirklich überzeugt bei niedrigen Temperaturen, bei nasskaltem Wetter und hat dann ganz einfach mehr Reserven, wenn es runter geht von der Straße. Man kann auch Schneepassagen halbwegs überstehen, also man muss, wie schon erwähnt, immer ein vorsichtig sein, wenn man auf Schnee fährt, wenn man auf rutschigem Terrain unterwegs ist, aber dieser Heidenau K60 Ranger mit seinen breiten Blöcken bietet man da eine recht gute Seitenführung, auf alle Fälle eine bessere Seitenführung als die anderen erwähnten und ist trotzdem für das Tempo, dass man im Winter geneigt ist auf der Straße zu fahren, gut. Hat offensichtlich auch eine gute Gummimischung, weil der Nassgrip in Ordnung ist, also auch den Reifen kann ich absolut für Winter empfehlen, vor allem für jene, die dann doch immer wieder mal auch die Straße verlassen wollen. Gut, das war jetzt kein Reifentest im klassischen Sinn, aber ein paar Tipps von meiner Seite mit ausschließlich Gummis, die ich schon in der kalten Jahreszeit ausgiebig gefahren bin. Wenn für euch die eine oder andere verwertbare Information dabei gewesen ist, dann lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt es in den Kommentaren unten rein, ob sie im Winter überhaupt fährt, wenn ja, welche Reifen ihr da gerne verwendet, würde mich interessieren und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst, was jetzt kommt, hört es mir noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nix und den Wolf freut es. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit es meine Videos in Zukunft nicht mehr mehr versäumt. Fachgerecht aufziehen lasse ich mir die Reifen übrigens immer beim Zweirad Profi Power in Groß Enzersdorf. Fachgerecht aufziehen. Fachgerecht aufziehen. Untertitelung des ZDF, 2020